Schau mal da drüben. Die haben sogar eine Regenbogenmaschine. Urgeil! Ja, die haben dort vorne eine Regenbogenmaschine. Das ist ja voll geil. Das schaut voll schön aus. Voll alle Farben von rot, orange, gelb, blau, grün, lila. Das gefällt mir so, was wir nicht auch haben. Die Reichen können sich wirklich alles leisten. In Österreich habe ich es noch nie gesehen, dass jemand auf so eine Idee kommt. Aber wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr kosten als das Kleingeld, das wir haben. Also ich finde es uhrgeil.